Selbe, Wolf und Schlange Kapitel 3 Direktor und Vergangenheit Sofort ging Remus zu ihm und legte ihm sanft eine Hand auf die Schulter. Ruhig Harry, keine Angst, das werden wir... Das werde ich nicht zulassen. Niemand wird dich zurückschicken, versprochen. Nicht wahr, Severus? Auffordern sah er den Tränkemeister an. Dieser nickte kaum merklich. So, komm, setz dich und iss etwas. Sagte Remus und führte Harry zum Tisch. Zögern folgte Harry und setzte sich. Er griff nach dem Löffel und aß langsam, nicht ohne Severus immer wieder ängstliche Blicke zuzuwerfen. Lopin, ich muss mit dir reden. Sagte dieser irgendwann und bedeutete dem Mann, ihm aus der Küche zu folgen. Ich bin gleich wieder da. Sagte Remus und Harry nickte scheu. Warum versprichst du ihm so etwas? Wollte Severus wissen, als sie im Flur des kleinen Hauses standen. Was? Dass ich nicht zulassen werde, dass er zurück zu diesen Muggeln kommt? Hast du schon vergessen, was sie ihm angetan haben? Remus sprach leise, aber dass er aufgebracht war, hörte man deutlich. Severus fuhr sich durch die Haare und schüttelte den Kopf. Natürlich nicht, aber es liegt weder in deiner noch in meiner Hand, was mit ihm geschieht. Sagte er eindringlich. Ich bin sein zweiter Pate. Und ein Werwolf, falls du das vergessen hast. Zischte Severus. Wie sollte ich? Du erinnerst mich ja oft genug daran. Sagte Remus und er zitterte vor Wut. Der Ausdruck in dessen Gesicht traf Severus mehr, als er gedacht hätte. Er wollte etwas erwidern, aber im selben Moment klopfte es an der Tür. Severus, welcher der Tür am nächsten Stand öffnete. Albus Dumbledore konnte seine Überraschung kaum verbergen. Severus, du hier? fragte er sichtlich verwirrt. Es hat Gründe, sagte dieser knapp und ließ den Direktor eintreten. Nun gut, also, wo ist Harry? Wollte Dumbledore wissen. In der Küche. Aber es wäre besser, wenn wir erst allein reden, sagte Remus knapp. Wie du meinst, sagte Albus und Remus wies zum Wohnzimmer. Ich komme sofort, sagte er dann und eilte in die Küche. Also Severus, was ist geschehen? Wollte Albus wissen, als er und der Lehrer allein im kargen Wohnzimmer des Leerwolfs saßen. Warten wir doch auf Lupin, sagte Severus steif. Nachdenklich legte Dumbledore den Kopf schief, nickte aber. Es dauerte nur ein paar Minuten, dann kam Remus in den Raum und setzte sich neben Severus auf die Couch, sichtlich darauf bedacht, Abstand zu halten. Ich höre, sagte Albus. Selbes, als Remus nicht sofort etwas sagte. Ich tat, warum sie mich baten. Aber was ich herausfand, veranlasste mich dazu, Harry mit mir zu nehmen. Cerus sah zu dem Wehrwolf und war sichtlich überrascht, wie sachlich dieser war. So sachlich, wie selbst er es nicht hätte sein können. In kurzen Sätzen erzählte Remus nun, was geschehen war. Dumbledore war inzwischen aufgestanden und lief unruhig auf und ab. Also hat mich mein Gefühl nicht getäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so in Petunia täuschen könnte, sagte er traurig. Ist das ihr Ernst? Kam es nun von Severus, der sichtlich versuchte, Fassung zu bewahren. Überrascht sah der Direktor ihn an. Sie hätten sich um ihn kümmern müssen. Waren sie nie nach ihm sehen in all den Jahren. Severus, er sollte vollkommen unbelastet aufwachsen und ich versprach Petunia, sie und ihre Familie nicht zu behelligen, wenn sie Harry aufzögen. Und ich hielt mein Wort. Ja, man sieht ja, was dabei rausgekommen ist, sagte Remus nun bitter. Unbestritten. Trotz allem müssen wir eine Lösung finden. Ich könnte Harry mit nach Hogwarts nehmen, aber der Blutschutz im Haus seiner Verwandten ist nicht zu unterschätzen. Sie denken wirklich darüber nach, ihn zurückzuschicken? Wollte Remus fassungslos wissen und auch Severus verengte die Augen zu wütenden Schlitzen. Nein, natürlich nicht, aber es muss eine Alternative geben. Beschwichtigend hob Elbis die Arme. Er bleibt bei mir. Ich bin einer seiner Paten und... Remus, das ehrt dich, aber... Fehlt Elbis dem Wehrwolf ins Wort. Nein, kein aber. Ich habe den Wolfsbandtrank und wir kommen gut miteinander aus. Bitte lassen Sie ihn hier. Flehte Remus. Ich verstehe dich, Remus. Aber was ist, wenn Vollmond ist? Er kann nicht hier bleiben, das ist dir sicher bewusst. Wolfsbandtrank, hin oder her. Severus sah deutlich Remus Verzweiflung und seufzte. Ich nehme ihn dann, sagte er, ehe er wirklich darüber nachgedacht hatte. Du? Wollte Elbis überrascht wissen. Ja, ich. Bei allen Bedenken, die auch ich teile, halte ich es ebenfalls für besser, der Junge bleibt hier. Als allein in Hogwarts. Sagte Cerys und vermied es, Remus zu sehen, der ihn vollkommen überrascht ansah. Eine Weile blieb es still im Raum. Dann nickte Dumbledore. Gut. Ich belasse ihn in deiner, beziehungsweise in eurer Obhut für diesen Sommer. Aber wir werden noch einmal über das nächste Jahr sprechen müssen. Sagte er. Danke. Bei alles, was Remus sagen konnte, wieder nickte Dumbledore. Gut. Ich werde einiges Gold in dein Verlies legen lassen. Bisher haben Harrys Verwandte eine Zuwendung bekommen, um ihn zu versorgen. Aber das wird nun enden. Sagte der Direktor. Er wusste sehr genau, dass Remus nur Gelegenheitsjobs nachging. Als Werwolf hatte er es nicht leicht und nur wenig Geld. Sein einziger wahrer Besitz war das Haus, welches er von seinen Eltern geerbt hatte. Das ist nicht nötig. Sagte Remus schnell, was Cerys zu einem verächtlichen Schnauben veranlasste. Ich weiß, aber du bekommst es trotzdem. Ich denke, Harry benötigt sich ja einiges, wenn er hier bleibt. Und Geburtstag hat er auch bald. So, und nun würde ich gern kurz mit ihm reden. Wenn ich darf. Fragen zur Dumbledore, zu Remus. Sicher, er ist oben in meinem Schlafzimmer. Die erste Tür auf der linken Seite. Sagte er. Dankbar nickte der Direktor und verließ den Raum. Danke. Sagte Remus, als Cerys und er allein waren. Schon gut. Ich bin kein Unmensch und auch ich sehe keinen Sinn darin, Potter für die nächsten sechs Wochen allein in Hogwarts zu lassen. Sagte Cerys kühl. Trotzdem hättest du das nicht tun müssen. Ich weiß nicht, was dein Problem mit ihm ist. Aber, naja, vielleicht sagst du es mir irgendwann. Sagte Remus und die Resignation in seiner Stimme kratzte unangenehm an Cerys emotionalen Schilden. Albus Dumbledore stieg in den ersten Stock des Hauses und klopfte an die Tür direkt neben der Treppe, ehe er eintrat. Harry saß auf dem Bett, sah auf und rutschte ganz automatisch etwas nach hinten. Hallo, Harry. Es ist schön, dich zu sehen. Sagte Dumbledore munter und zog sich einen Stuhl neben das Bett. Er wollte den Jungen Freiraum lassen. Harry war blass und seine Augen zuckten hin und her. Trotzdem nickte er zögernd und sagte. Guten Morgen, Professor Dumbledore. Wie geht es dir? Wollte Dumbledore nun wissen. Gut, also besser. Stotterte Harry. Das freut mich. Remus würde dich gern hier behalten. Ja, bitte. Und bitte nicht zurück zu den Dursleys. Bitte. Fiel der Junge dem Direktor ins Wort. Harry. Harry, keine Sorge. Das hatte ich nicht vor. Ich belasse dich für diesen Sommer in der Obhut von Remus und auch von Severus. Für das nächste Jahr finden wir eine Lösung. Harry war verwirrt. Warum sollte Snape sich um ihn kümmern? Der Mann hasste ihn. Warum durfte er nicht auch im nächsten Jahr wieder zu Remus? Dieser mochte ihn offenbar und er ihn. All das spukte ihm im Kopf herum. Und doch sagte er nichts. Nickte nur stumm. Sehr gut. Also dann lasse ich euch nun wieder allein. Und Harry. Es. Es tut mir wirklich leid. Und du hättest mit mir reden können. Das weißt du, oder? Harry schluckte schwer und nickte dann wieder. Nur zaghaft. Er hatte den Mann enttäuscht. Und ein Knoten bildete sich in seinem Magen. Nun schau nicht so. Kein Grund für Sorgen falten. Beim nächsten Mal kommst du einfach zu mir. Auch wenn ich sehr hoffe, dass es kein nächstes Mal geben wird. Sagte Dumbledore und stand auf. Also dann. Ich wünsche dir noch schöne Ferien und bis bald. Sagte er. Ihnen auch, Professor. Sagte Harry und kurz darauf war er wieder allein. Er sank nach hinten und sah zur Decke. Ein Stein war ihm vom Herzen gefallen. Fürs Erste durfte er hierbleiben. Auch wenn er sich mit Snape arrangieren müsste, wäre er wenigstens in diesem Sommer sicher. Als der Direktor wieder nach unten kam, warteten Remus und Severus bereits im Flur auf ihn. Also Harry scheint soweit in Ordnung zu sein. Und er fühlt sich wohl. Sollte irgendetwas sein, dann melde dich bitte. Sagte Dumbledore an Remus gewandt. Sicher, Direktor. Sagte er. Gut. Wir sehen uns dann nach den Ferien, Severus. Und dich, Remus, würde ich auch gern sehen, wenn die Schule wieder beginnt. Sagte Albus. Natürlich. Ich begleite Harry gern nach Hogwarts. Sehr schön. Ich gehe dann. Severus, würdest du mich begleiten? Der Tränkemeister schien überrascht, nickte aber. Ich komme morgen und bringe die Tränke für den Jungen. Sagte er noch, ehe er zusammen mit Albus das Haus verließ. Kommst du damit wirklich zurecht? Wollte Dumbledore wissen, als sie vor dem Haus standen. Die drückende Morgenschwüle war verschwunden und es roch nach Rauch und frisch gemähten Gras. Womit? Dich, um ihn zu kümmern. Also Harry. Ich hätte es sonst nicht angeboten. Sagte Sarahs angriffslustig. Schon, aber ich möchte, dass du dies nicht nur aus Verpflichtung gegenüber Lily tust. Tu ich nicht. Sicher, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass du vergisst, dass Harry nicht James ist. Sagte Albus und sah den Lehrer über seine Halbmondbrillengläser hinweg nachdenklich an. Wie sie meinen. Sagte dieser steif und ging weiter. Hat das was mit Remus zu tun? Überrascht drehte sich Sarahs wieder zu Albus. Nein. Sagte er tonlos und glaubte sich selbst nicht. Skeptisch huck Dumbledore die Augenbrauen. Na schön. Ich bin vielleicht alt, aber sicher nicht blind. Wir sehen uns nach den Ferien. Sagte er und war, ehe Sarahs etwas erwidern konnte, desaperiert. Dieser sah noch einmal seufzt zum Haus zurück, bevor auch er verschwand. Remus stieg in den ersten Stock und klopfte an die Tür seines eigenen Schlafzimmers, ehe er eintrat. Harry stand am Fenster und sah hinaus in den verwilderten Garten. Gefällt er dir? Wollte Remus lächelnd wissen. Harry drehte sich zu ihm und nickte. Er ist nicht so ordentlich. Sagte er und wurde rot. Er wollte den Mann nicht verletzen, aber der Garten gefiel ihm wirklich. Remus ging näher und legte Harry sacht eine Hand auf die Schulter. Der Junge zuckte kaum zurück, sah aber auf. Keine Sorge. Ich verstehe, was du meinst. Er gefällt mir auch so, wie er ist. Und ich bin ohnehin kein guter Gärtner. Sagte Remus und führte Harry zum Bett, damit dieser sich setzte. Darf ich wirklich hierbleiben? Wollte der Junge nun wissen. Ja, darfst du und ich freue mich sehr darüber. Severus wird morgen wiederkommen und dich untersuchen. Harry nickte und schien sich sogleich etwas unwohl zu fühlen. Willst du mir vielleicht erzählen, warum du denkst, dass Severus dich dich nicht mag? Harry zuckte etwas hilflos mit den Schultern. Na schön. Ähm, wie wäre es, wenn ich dir erstmal etwas über mich erzähle und ich hoffe, dass du danach noch bei mir bleiben willst? Sagte Remus dann zögernd. Irritiert sah Harry auf, nickte aber. Also, hör zu. Ich wurde geboren als Sohn von Lyle und Hope Lupin. Mein Vater war schon, als er noch sehr jung war, ein Experte für nichtmenschliche, geisterhafte Erscheinungen im Zaubereiministerium. Mitte der 60er Jahre wuchs die Macht von du weißt schon wem und seine Anhänger rekrutierten eine Vielzahl von dunklen Kreaturen. Das Ministerium suchte nach Experten für dunkle Kreaturen in der Hoffnung, die Bedrohung besser zu verstehen und unter Kontrolle halten zu können. Mein Vater wurde gebeten, sich der Abteilung für die Regulierung und Kontrolle magischer Kreaturen anzuschließen, was er auch tat. Anfang 1965 wurde ein gewisser Fenrir Greybeck nach dem Tod von zwei Muggelkindern zur Befragung ins Ministerium gebracht. Obwohl er anscheinend mit seinem Wehrwolfrudel erwischt wurde, war dem Ministerium nicht bekannt, dass Greybeck selbst ein Wehrwolf war, da das bestehende Wehrwolfregister nicht gut gepflegt wurde. Greybeck bestand darauf, dass er nur ein Muggel-Landstreicher sei. Alle Mitglieder, die zur Befragung gerufen worden waren, glaubten ihm. Mein Vater erkannte jedoch charakteristische Anzeichen von Lykantropie und Greybecks Aussehen und Verhalten, äußerte seine Bedenken gegenüber dem Ausschuss und dem Fall Greybeck, bis zum nächsten Vollmond, der nur 24 Stunden entfernt war, zurückzuhalten. Unabhängig davon verspotteten die anderen Komitee-Mitglieder ihn, woraufhin mein Vater die Beherrschung verlor und die Wehrwölfe als seelenlose und böse Kreaturen, die den Tod verdienen, beschimpfte. Infolgedessen wurde er aus dem Raum geworfen und Greybeck wurde entlassen. Seiner Erinnerungslöschung konnte er mithilfe zweier Komplizen entkommen, kurz vor meinem fünften Geburtstag gelang es Greybeck, mein Schlafzimmerfenster zu öffnen und mich anzugreifen. Mein Vater erreichte mich rechtzeitig, um mein Leben zu retten, aber ich war von da an ein Wehrwolf. Schloss Remus und sah wieder zu Harry. Dieser schien weniger ängstlich als überrascht. Ähm, das tut mir sehr leid. Das ist schlimm, oder? Ja, es war und ist ziemlich schmerzhaft. Ich verletzte mich bei der Verwandlung hin und wieder selbst. Als Kind war es besonders schlimm. Mein Vater erinnerte seine Einstellung zur Wehrwölfe natürlich, aber unsere Leben standen auf dem Kopf. Wir zogen ständig um, sobald einem Nachbarn mein Verhalten auffiel. Eine Eltern verboten mir, mit anderen Kindern zu spielen und obwohl sie mich sehr liebten, so war ich doch oft einsam. Ursprünglich konnte mein Vater mich während des Vollmonds unter Kontrolle halten, indem er mich in einen verschlossenen Raum sperrte und mehrere stille Zauber über diesen legte. Aber als ich größer wurde, wurde es schwieriger, mein Wesen einzudämmen. Als ich zehn Jahre alt war, war ich in der Lage, während meiner Verwandlung Türen aufzubrechen und Fenster zu zerstören, was meinen Vater zwang, immer mächtigere Zaubersprüche anzuwenden. Meine Eltern taten alles für mich, aber sie wussten, wie mein Stand in der Zaubergemeinschaft sein würde. Niemand würde es akzeptieren und so glaubten sie auch nicht, dass ich nach Hogwarts gehen dürfe. Irgendwann, kurz bevor ich elf wurde, stand Dumbledore vor unserer Tür. Er wusste von Greybecks Tat, da dieser vor Spion damit geprahlt hatte. Er versicherte meinen Eltern, dass ich an der Schule sicher sei und es einen Platz gebe, an dem ich die Vollmondnächte verbringen konnte. Harry nickte nachdenklich. Du hast gesagt, du kanntest meine Eltern, oder? Wussten sie es? Wollte er wissen. Remus nickte lächelnd. Ja, sie fanden es heraus. James, dein Vater und Sirius Black waren meine besten Freunde von Beginn an, genau wie Lily. So begann auch die Geschichte der Rumtreiber. Rumtreiber? Ja, das waren James, Sirius, Peter, ebenfalls das Junge aus unserem Jahrgang und ich. Wie haben sie es denn rausbekommen? Wollte Harry sichtlich aufgeregt wissen. Nun, sie folgten mir und Dumbledore, der mich immer zu meinem Versteck brachte, verborgen unter dem Tarnumhang. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir alles erzählen sollte, sagte Remus grinsend. Und das ist gemein, bitte, bitte, flehte der Junge. Na schön, aber geh damit nicht tausieren, okay? Harry nickte schnell. Du musst wissen, es gibt viele geheime Wege in Hogwarts. Mit der peischenden Weide hast du ja bereits Bekanntschaft gemacht. Berührt man einen ihrer Wurzelknoten, wird sie ruhig und gibt den Weg zu einem Gang frei. Dieser führt zur heulenden Hütte, ein verlassenes Haus in Hogsmeade. Hierher brachte Dumbledore mich. Die Hütte war ideal. Ich kam nicht weg und niemand kam dem Gebäude zu nahe. Meine Schreie schreckten sie ab. Alle nahmen an, in der Hütte würde es spuken. Dabei war es nur ein kleiner Junge, der sich unter Schmerzen verwandelte. In der Stimme des Mannes lag Bitterkeit. Aber lassen wir das. James und Sirius schafften es, an der Weide vorbeizukommen, nachdem Dumbledore gegangen war. Sie sahen mich versteckt unter dem Umhang in der Hütte. Ich witterte sie, aber unter dem Umhang waren sie sicher. Sie gingen, ehe die Nacht um war und fassten einen Plan. Sie lernten den Animagus-Zauber und verwandelten sich in Tiere. So konnten sie mir beistehen. James wurde ein Hirsch, Peter eine Ratte und Sirius ein Hund. Aber Harry, das darfst du niemandem erzählen. Auch wenn James und Peter nicht mehr leben, so lebt Sirius und Animagi müssen sich registrieren lassen und das war keiner von ihnen. Harry nickte. War meine Mutter ein Animagus? Nein, aber Lily hat sich immer um mich gekümmert. Weißt du, ich habe dich sofort erkannt, als ich dich sah. Nicht an der Narbe oder der Brille. Es waren deine Augen. Ich sehe deine Mutter darin. Sagte Remus traurig und strich Harry sanft über die dunklen Haare. Er wusste, dass das ziemlich viele Informationen für einen Tag waren und er wollte den Jungen auch nicht überfordern, aber die Sache mit Cerberus interessierte ihn wirklich, ganz abgesehen davon, was bei Harrys Verbanden wirklich geschehen war. Doch ehe er fragen konnte, war es Harry, der das Wort ergriff. Ich weiß nicht, warum er mich hasst, sagte er und starrte auf seine Zehenspitzen. Harry, ich glaube nicht, dass er dich hasst. Cerberus ist nicht ganz einfach. Ich glaube, das hat was mit meinem Vater zu tun, fiel Harry dem Mann ins Wort. Natürlich, wie konnte er so dumm sein. Natürlich sah Cerberus James in Harry und den hatte er wirklich gehasst. Remus schluckte schwer und nickte. Ja, das kann sein. Harry sah auf und der Wehrwolf seufzte. Gut, ich erzähle es dir. Cerberus ging mit uns zur Schule. Wir waren alle im gleichen Jahrgang, wenn auch in unterschiedlichen Häusern. Cerberus und deine Mutter wuchsen zusammen auf. Sie kannten sich und waren gute Freunde. Cerberus nahm am Anfang keiner von uns wirklich wahr. Er war sehr ruhig und meist allein. Seine einzige wirkliche Freundin schien Lily zu sein. Oft wartete Cerberus vor unserem Gemeinschaftsraum auf sie. Wir mochten Lily alle sehr. James und Sirius hielten Cerberus für seltsam und unterstellten ihm keine guten Absichten. Sie waren der Ansicht, dass er den schwarzen Künsten nahestand und sie sorgten sich um Lily. Ich sah es anders. Ich kannte mich mit Ausgrenzung aus und beteiligte mich selten an den Auseinandersetzungen zwischen Cerberus, James und Sirius. Ähnlich auch Peter. Er war ein Mitläufer und tat alles, was Cerberus und James sagten, aber oft zog er sich aus Angst vor Strafe zurück. So vergingen die Jahre und ich bemühte mich, mich unauffällig zu verhalten. James, Cerberus und Peter wurden zu meinen besten Freunden, auch wenn ich nicht damit einverstanden war, was sie mit Cerberus taten. So hielt ich trotzdem an ihnen fest. Sie taten Cerberus wirklich weh. Nicht körperlich, aber emotional. Doch das das Schlimmste war, dass durch einen dummen Streich von Sirius Cerberus beinahe gestorben wäre. James rettete ihn im allerletzten Moment. Lily schwor danach, nie wieder mit ihnen zu sprechen, wenn sie sich ab sofort nicht von Cerberus fernhielten. Sie taten es, wurden älter und vernünftiger. Deine Eltern begannen miteinander auszugehen und wurden bald ein Paar. Sind meine Mutter und Professor Snape Freunde geblieben? Wollte Harry wissen. Nein. Warum nicht? Harry, das ist etwas, das sollte dir lieber Cerberus erzählen. Ich habe ohnehin schon sehr viel mehr gesagt, als ich wollte. Okay, aber wenn du zum Werwolf wirst, dann kann ich nicht hierbleiben, oder? Wechselte nun Harry das Thema. Riemis krasste sich verlegen den Nacken. Nein, das wäre nicht gut. Ich nehme einen Trank, den Wolfsbandtrank. Der hilft, dass ich noch weiß, wer ich bin, wenn ich verwandelt bin, aber schön ist es trotzdem nicht. Ich wäre sicher, keine direkte Gefahr, aber... Cerberus hat sich bereit erklärt, zwei Tage auf dich aufzupassen, wenn es soweit ist. Aber noch sind es ja drei Wochen bis zum nächsten Vollmond. So, und nun, was sagst du, wenn wir ein bisschen in den Garten gehen und danach richten wir das Gästezimmer ein? Es ist auch nicht mehr ganz so heiß und morgen besorgen wir dir etwas zum Anziehen, okay? Ja, gern und... Danke, stotterte Harry verlegen. Du musst dich nicht bedanken, Kleiner, sagte Remus lächelnd und dachte an den Moment, als er Harry das erste Mal im Arm gehalten hatte. Keeper und dann ja, ich glaube, und dann